Na Leute, hier ist wieder Otschala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal alles über die Archäologie in Battle for Azeroth zeigen. Und zwar sind das sowohl die Erfolge, die Belohnungen und auch kleine Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze vielleicht ein bisschen schneller erwirtschaften könnt. Erstmal sollte man vielleicht auf die Sprache kommen, dass man quasi zwei neue Fraktionen hat. Und zwar einmal die Durst und die Zanderlage, wie ihr hier seht. Und auch die Fertigkeit wurde erhöht, die Maximalfertigkeit. Auf 950. Und ja, das ist wirklich 950. Ihr könnt Archäologie von 1 bis 950 hier spielen, theoretisch. Es ist nämlich so, dass alle anderen Berufe ja abgeändert worden sind, dass es immer nur eine Skillung Expansion bezogen ist. Also sprich, dass man nur jetzt in Legion das machen kann, nur in Battle for Azeroth seinen Skillpunkt erhöhen kann. Und hier ist es wirklich noch eine einzige Leiste von 1 bis jetzt 950. Schauen wir als allererstes mal auf die Erfolge. Und zwar gibt es da vier Stück. Wir haben dann einmal exotische Freunde. Für dieses müssen wir insgesamt zwölf Artefakte restaurieren. Diese zwölf Artefakte gliedern sich in sechs für die Drust und sechs für die Zandalari. Dann haben wir ein Achievement, wo wir quasi den Skill auf Max bringen müssen. Wer hätte es gedacht? Dann haben wir eins, wo wir erst 50 Ausgrabungen und dann 100 Ausgrabungen machen müssen. Jetzt fällt mir gerade ein, es sind ja dann fünf Achievements quasi, weil das ja ein gestecktes Achievement ist. Und das letzte Achievement, das wir haben, wer hätte es gedacht? Wir müssen wieder makellose Sachen ranschaffen. Und ja, das ist zeitaufwendig. Und zwar müssen wir alle von diesen zwölf Dingern auch makellos beschaffen. Ihr seht, mir fehlt jetzt noch eins. Da habe ich hier die Quest. Ich möchte euch quasi das letzte zeigen, wie ich es abschließe. Und ja, auch das letzte Achievement damit einheimsen kann. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Und zwar nehmen wir die Quest hier an, um so ein grobes Zeitfenster zu geben. Das Ganze dauert, ich würde sagen, 20 Stunden plus, 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 bis man quasi alle markllosen und damit auch die Endachievements hat. Wir sind hier einmal in Boranos und hier ist dieses Haus für die Archäologen quasi. Und dort gibt es, ja, eine obere Etage und einen Keller quasi. Und in der oberen Etage seht ihr schon die ganzen Sachen ausgestellt, die quasi von den Drust sind. Da sieht man so ein Geweih und andere schicke Sachen. Und in der unteren Etage, wenn wir jetzt einmal in den Keller gehen und zwar hier runter, da sind dann die Sachen von den Zanelari. Also sprich, die vom feindlichen Kontinent werden im Keller versteckt. Und hier haben wir auch das letzte Ding, was wir einmal hier hinsetzen können, das abgeben. Und da ist auch schon mal ein schönes Achievement. Hat wieder, ja, schicke 25 Achievement-Punkte mehr gebracht an der Stelle. Soviel dazu zu den Erfolgen, beziehungsweise wo ihr hier reingehen könnt. Ich kann euch nochmal ganz schnell auch zeigen, wie viele Ausgabungen ich hatte. Und zwar waren es genau, ja, 260, wie ihr seht, was ich auch an Paketen habe zum Restaurieren. Also es ist eine ganze, ganze Menge Zeit, die man hier rein investieren muss für relativ wenig Reward. Es gibt nämlich neben den, ja, normalen Items, beziehungsweise den marktlosen auch sechs Rare Items. Und zwar drei von den Drust und drei von den Zanelari. Und ich würde sagen, da schauen wir einmal rein. Wir schauen das erste Mal die Drust an. Und zwar vielleicht auch mal für die interessant, die wissen wollen, wie viele Sachen ich etwa restauriert habe, bis ich es hatte. Ihr seht hier, habe ich 22, 21, 15, 17, 13. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt sind es wahrscheinlich 18, dass ich die marktlosen hatte. Das ist eigentlich, wenn man es mit vergangenen Addons vergleicht, relativ gut. Ich glaube, in MOP hätte ich irgendwie 60, 70 teilweise von manchen. Also da ist es schon wesentlich schneller. Wenn wir hier mal drüber gucken, haben wir drei Items. Ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen. Ein Item ist ein Trinket, ein Item ist ein, ja, ist ein Toy und eins ist ein Pet. Und das funktioniert genauso auch bei den Zanelari. Wir haben auch ein Trinket, ein Toy und ein Pet. Heißt, die Items haben wir jetzt hier unten. Und zwar haben wir hier die beiden Toys. Die sind beide Itemstufe 300, haben beide Ausdauer drauf. Und beide können wir aktivieren, um dementsprechend einen Gegner für wenige Sekunden, ja, hier das Zaubertempo ein bisschen zurückzusetzen, beziehungsweise zu verlangsamen. Und hier können wir dem Gegner Gesundheit entziehen und auf, ja, uns quasi übertragen. Sind beide ganz nett, vor allem, weil man sie mit 110 ausrüsten kann. Heißt, für einen Twink, der ein lowest Itemlevel hat, der vielleicht noch nicht in die Normalindies kann, weil das Itemlevel zu niedrig, kann man die gerne ausrüsten. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer unbedingt Ausdauer-Trinkets braucht. Vielleicht ein Tank, wobei da die Effekte jetzt nicht ganz so stark sind. Vielleicht hier das hier, wo man ein bisschen Life entziehen kann, kann man drüber streiten. Aber jetzt richtig krass sind die Trinkets beide leider nicht. Außer der Fakt, dass sie halt ein sehr, sehr hohes Itemlevel haben, dafür, dass man sie mit 110 schon anlegen kann. Dann kommen wir zu den beiden Toys. Und wir haben hier einmal Tanz der Toten und dann einmal Unkenrune. Oder wie heißt das? Ne, Unkenurne, nicht Unkenrune, Unkenurne. Ich möchte euch die beiden jetzt mal zeigen. Und zwar switchen wir dafür einmal zu den Spielzeugen. Und da haben wir einmal Tanz der Toten. Und das stellen wir jetzt hier mal auf. Da seht ihr schon mal das erste Toys. Ich blende jetzt vielleicht mal hier den Rest auf. Das ist natürlich, wie ihr seht, das von den Drust des Items. Das Item sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Sounds hat es leider keine, so wie ich das gesehen habe. Aber es ist einfach, ja, so eine Geisterlady, würde ich jetzt mal sagen. So eine Drustusse. Einfach in so einem Kerzenkreis. Ist auf jeden Fall ein schickes Teil. Und das zweite, was man hat, waren diese Unkenurne quasi. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier auch raussuchen. Unken, Unken, Unken und das ist dementsprechend dann das Item, was wir aus Zanderlar bekommen. Und ihr seht, das sind einfach ein Haufen Frosche, die man quasi hier aussetzt. Ist jetzt nicht weiter spektakulär. Ist halt auch wieder ein Toy mehr. Vielleicht für den einen oder anderen ganz nett, wenn man eine Froschplage blieblichen Ausmaßes hervorrufen will. Vielleicht braucht man noch ein paar mehr von den Items. Aber gut, so viel dazu. Und dann haben wir natürlich noch zwei Toys. Und zwar haben wir einmal das Terrorhorn-Junges. So ein Pad kennt man schon. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Und dann haben wir hier diesen zusammengeflitzten Wiedergänger. Und der sieht schon sehr, sehr cool aus. So eine Art Pad hatte man bis jetzt noch nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schickes Teil. Das kann man sicher, ja, mit dem kann man sicher ein bisschen durch die Lande ziehen. Und es herzeigen, weil es doch ein sehr, sehr, sehr schickes Model hat. Ich hätte gern sowas als Mount, muss ich sagen. Vielleicht kommt sowas ja noch. Ja, soweit zu den Belohnungen. Wie gesagt, sechs Rare-Belohnungen. Und der Rest ist halt Zeug, was man hier ausstellen kann. Beziehungsweise was man in die Boxen packen kann. Dann möchte ich euch noch ein, zwei Sachen sagen. Beziehungsweise darauf eingehen. Ihr könnt das natürlich mit einem Low-Level-Char machen. Also heißt mit einem Char 100 Plus und auch EP dadurch farmen. Die EP ist aber nicht sonderlich hoch. Und ich würde euch raten, das mit eurem Main-Charakter zu machen. Nicht nur schon wegen den Achievements, weil ihr die vielleicht auf dem Main-Charakter haben wollt und die Items. Sondern auch wegen Flugpunkten und der Pfeife. Ihr sollt auf jeden Fall 120 sein. Dann habt ihr diese Pfeife. Ich rede über das Ding. Und könnt euch, ja, alle fünf Minuten hin und her porten. Was schon sehr, sehr viel ausmacht. Und zusätzlich ist es so, dass ihr, wenn ihr einen gewissen Ruf bei eurer Kriegs- oder War-Campaign-Fraktion, bei mir ist es die siebte Legioners-Allianz und das Hordler ist es, sind es die Altgebundenen, habt. Dann könnt ihr ja hier diese Extrapläne kaufen, die ich jetzt hier schon alle gekauft habe. Deswegen habe ich hier keine mehr. Und bekommt dann auf dem gegnerischen Kontinent, ich jetzt hier zum Beispiel auf Zandala, wenn wir jetzt hier mal draufdrücken, seht, ich habe hier wirklich ein paar Flugpunkte. Vor allem hier drüben sieht man es, wie viele Flugpunkte das dann mittlerweile irgendwann werden. Und das macht es wesentlich einfacher. Ihr wollt hier nicht ständig durchgehen und, ja, keine Flugpunkte haben. Also vor allem auf dem gegnerischen Kontinent ist es wirklich praktisch, wenn ihr die maximale Stufe habt und auch schon den Ruf ein bisschen oben habt, um dementsprechend die Flugpunkte zu kriegen. Wenn ihr das Video irgendwann später anguckt, wenn Fliegen reinkommt, dann ist das natürlich alles wieder irrelevant. Aber bis Fliegen reinkommt, spart ihr euch wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit, wenn ihr dementsprechend die Flugpunkte habt und vielleicht, ja, vorher schon den Ruf habt. Was sich ganz gut kombinieren lässt, wenn ihr eh Worldquests macht und dann quasi immer, wenn so eine, ja, eine Abbauzone daneben ist, das quasi mit abbaut. Und, ja, Goblin-Gleiter bieten sich auch an, auch vor allem in den Hordengebieten. Aber ich denke mal, das weiß der ein oder andere sowieso. Ja, das war es soweit mit dem kleinen Überblick. Ich hoffe, dem ein oder anderen konnte ich ein wenig helfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tjela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.